ich schreibe jetzt mein zweites buch es liegt mir auf der seele macht nicht die gleichen fehler die eigentliche gefahr liegt in der gewollten unbildung vorwort wenn ich mit meinen lebenserfahrungen nach 61 jahren ausgestattet noch einmal von vorn anfangen könnte würde ich dann genauso handeln wie früher eindeutig und grundsätzlich ja aber ich würde klüger vorgehen und darum auch noch viel kostbare lebenszeit sparen der folgende text kann ihnen wehtun wenn sie nicht beachten dass unbildung nur keine bildung bedeutet jemand der nicht gebildet ist kein wissen hat also nichts gelernt oder alles gelernte vergessen wer kein wissen hat muss glauben jeder kennt diese aussprüche unglaublich oder wem kann man denn noch glauben oder was kann man denn davon glauben was steckt hinter diesen aussagen und fragen 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 wir lieber so was glaubt ein mensch und beleuchten es näher glauben menschen taten oder worten taten sind unumstößlich sie sind geschehen es sind wahrheiten weshalb man auch tatsachen dazu sagt und juristen bewerten tatsachen darum sehr hoch worte können taten beschreiben und bereits an dieser stelle wird nicht selten aus der wahrheit des geschehenen eine unwahrheit wenn die worte die taten nicht genau beschreiben darum stehen zeugen beweise auch nicht so hoch in der gunst der juristen wenn die worte eine tat absichtlich falsch beschreiben ist es keine unwahrheit sondern eine lüge taten haben immer ergebnisse die erst nach den taten entstehen sie folgen den taten also zeitlich warum wir verkürzt zu den ergebnissen folgen sagen richtiger sollten wir vermehrt worte wie tatbestand tatsache sachverhalt gebrauchen um das leben genauer zu beschreiben juristen tun das nicht ohne grund aber hier führte das zu weit anders gesagt wenn ein mensch eine tat und deren ergebnisse selbst beobachtet muss dieser mensch nichts glauben oft drücken es menschen es erregt so aus ich habe es doch mit eigenen augen gesehen erzähl mir doch keinen blödsinn zurück zum glauben sie lieber leser ahnen oder wissen es der mensch kann nur worten glauben und die gefahr besteht darin dass diese worte pure lügen sind oder hypnotisch eingesetzt raum für viel fantasie lassen und den menschen damit in die irre führen im falle der lügen werden tatsachen wahrheiten absichtlich falsch wiedergegeben so handelt ein lügner im falle der hypnotischen voraussage möglicher folgen haben diese mit dem gesunden menschenverstand wenig zu tun solche voraussagen treffen scharlatane schwindler und andere schlechte menschen achtung es geht im folgenden nicht nur um politiker oder andere nur sich selbst so bezeichnende würdenträger so oder so der zweck ist leicht erkennbar mit worten will der der sie missbraucht das handeln des menschen beeinflussen an denen die worte gerichtet sind gut und schön aber was ist so wichtig daran wir menschen handeln planvoll weil wir uns ein ergebnis unserer handlung erhoffen wir stützen unser handeln auf unser bisher gesammeltes wissen und wir kombinieren dieses wissen mit dem erhofften ergebnis das kombinieren des wissens ist das denken das ist bis auf die fälle reflektorischen handelns immer so und auch sehr nützlich nützlich für uns menschen weil wir so effektiv wie möglich handeln wir wollen schließlich das für uns erreichen was wir uns wünschen was wir uns wünschen oh ja wir haben viele wünsche nur scheint das wort wunsch mittlerweile dem ausdruck das steht mir zu oder dem wort fordung gewichen nebenbei das wort bitte wird nur noch so dahergeplappert es verliert immer mehr an eigentlicher bedeutung ein wunsch nimmt einen erstrebenswerten zustand gedanklich vorweg und der wünschende weiß genau dass dieser zustand noch nicht eingetreten ist noch einen gedanklichen schritt bitte menschen haben viele bedürfnisse bedürfen bedeutet etwas nötig haben unsere grundbedürfnisse auch diese werden auf der welt nicht überall befriedigt sind dass wir ausreichend nahrung wasser ein dach über dem kopf und kleidung haben sofort danach streben wir nach sicherheit diese grundbedürfnisse gedeckt zu behalten nach fortpflanzung und nach gesundheit vermuten wir irgendeine gefahr dass diese grundsätzlichen bedürfnisse verwehrt werden könnten erwacht unser verstand und beginnt sofort abzuwägen wie groß die gefahr wirklich ist unser verstand wägt ab und zwar mit dem bisherigen wissen unterlebten und mit dem was auf uns zuzukommen scheint das wort scheint hat es in sich der schein spiegelt uns zukünftige tatsachen vor und diese zukunft kann uns erstrebenswert vermeidenswert oder egal sein in den ersten beiden fällen beginnen wir sofort pläne zu schmieden also unsere weiteren handlungen zu planen gestützt auf unsere bisherigen erkenntnisse also unser wissen haben menschen wenig wissen und erfahrungen handeln sie zum eigenen nachteil oft sogar panisch oder verfallen in die starre der ergebenheit in ihr schicksal und hoffen auf erlösung wenn sich dann noch ein erlöser zu finden scheint laufen sie dem kritiklos hinterher das abwägen ist kein solches denn es fehlt an der wichtigsten seite der waage am wissen die waagschale der vermeintlichen zukunft hat das höhere gewicht und bestimmt alles was zu kommen scheint haben menschen aber viel wissen und viele erfahrungen also gesunden menschenverstand handeln sie überlegter also besser für sich wieder nebenbei wissen erwirbt man nur durch bildung sei es bildung durch eigene erfahrungen oder wenn man als junger mensch noch nicht so viele machen konnte durch bildung mittels lernen von erfahrungen und wissenden erwachsenen dieses lernen erscheint den jüngeren oft nutzlos wozu braucht man beispielsweise geschichte biologie physik oder gar mathematik dazu später mehr noch ein aspekt die ungebildeten sind sich ihrer unbildung wohlbewusst und wissen genau dass es ihrem ansehen schadet wenig zu wissen sie tun alles um ihr ansehen ihren nutzen für die mitmenschen aufzubessern sie tun sicher vor indem sie sich für die rechte geschundene tiere menschen pflanzen für die umwelt für das klima für die einhaltung von regeln für politiker correctness vergleichmacherei und vieles andere mehr sehr auffällig einsetzen sie drängen in verwaltungsjobs in die politik in ngos in armee und polizei alles nur um wichtig zu erscheinen um also überhaupt angesehen zu werden sie erfinden immer neue beschäftigungsverhältnisse um sich darin zu verstecken und ihr brot zu erschleichen und tun alles dass die klügeren nicht zu wort kommen statt sich wissen anzueignen verpönen sie das lernen und üben sich lieber in rhetorik um gebildet zu erscheinen und so weiter und so fort sie lügen täuschen und verschleiern ihr eigenes unvermögen und gehen dabei sehr geschickt vor nicht erkannt zu werden man könnte glauben sie seien diener des teufels aber das stimmt nicht sie sind einfach nur minderbegabt und arbeitsfaul entreißen wir ihnen ihre masken und ordnen sie wieder an den platz in einer gesunden gesellschaft an denen sie gehören um keinen schaden mehr stiften zu können jahrtausende lang hatten sie diesen platz und die menschheit hatte sich positiv entwickelt folgen kann es durchaus sein dass sie auch meine folgende aussage bestätigen die ursache für alles übel der welt ist die unbildung aus fehlender bildung resultieren dass sich benachteiligt fühlen neid betrug kriege und mehr ich werde im buch besonders auf das entlarven der lügner und betrüger eingehen denn man kann diese nur in die schranken weisen wenn man sie erkennen kann nun schlage ich vor das buch ab und zu für einige zeit beiseite zu legen widmen sie sich anderen dingen oder gehen sie an die luft unser kopf arbeitet zwar beinahe zu jeder zeit aber nur dann wenn man ihn arbeiten lässt wie gesagt das ist das vorwort zu meinem nächsten buch und ich werde alles tun diese lügner und betrüger zu entlarven und ich schreibe das buch dafür dass die jüngeren unerfahren unter uns sich dieses wissens bedienen können und nicht die gleichen fehler machen wie ich sie gemacht habe wie wir sie alle gemacht haben nun denn schreibt meinungen kommentare unten in die entsprechenden stellen und beherrscht euch schimpft nicht rum schreibt einfach aber anständig ich wünsche euch einen schönen abend schon fast eine gute nacht und auch sonst alles gute bis dann